So, hier ist es. Mein neues Baby. Heimatliebe. Meine deutsche Küche. Ein Kochbuch, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Deshalb habe ich mir auch besonders Mühe gegeben. Es ist auch sehr schön geworden. Ein schöner Leineneinwand, eine etwas andere Größe. Tolle Fotografien aus ganz Deutschland. Ich war überall unterwegs. Und warum jetzt diese Thematik? Naja, ich bin mit drei Schwestern groß geworden. Das heißt, wir waren vier Kinder zu Hause. Wir haben keine teuren Auslaufsurlaube gemacht, sondern sind meistens hier in Deutschland geblieben. Wir sind hier wandern gegangen, an die Nordsee, in den Bayerischen Wald, in die Pfalz, im Schwarzwald. Und überall gab es tolle Bauern und Produzenten, tolle Gerichte, an die ich mich einfach sehr lebhaft erinnere. Das heißt, eigentlich sind in diesem Buch meine Kindheitserinnerungen drin. Natürlich mit meinem heutigen Anspruch als Koch. Und ich glaube, das ist auch was für euch.